Roland Kaiser ist abgesagt. Das Schützenfest kann auch nicht stattfinden. Und auch kein Churchwalk. Muss denn alles ausfallen? Nö. Aber man kann es ja auch anders machen. Na dann, los an die Telefone. Und? Roland Lorenz an der Orgel im Grauhof, Johannes, Tom und Sabine Sommer in St. Benno und Antonia Batzdorfer mit ihrer Geige in Oka sind dabei. Na super. Ich habe eine Zusage von Matthias Schulte am Saxophon entschlagen und von Angela und Norbert Fernkorn hier in St. Jakobi. Das ist doch großartig. Läuft doch. Ja, dann gehen wir mal los. Boah, coole Aussicht. Und viel schöner, als jetzt da drin zu sitzen. Da hinten ist irgendwo Schaden, oder? Ja. Und daher kommt auch unser erster Beitrag. Matthias Schulte aus der Marienkirche. Die Marienkirche. Ja, dann den Schaden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der König 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 Praise the Spirit, be in one. God of glory, majesty. Praise forever, to the King of Peace. Praise the Father, praise the Son. Praise the Spirit, be in one. God of glory, majesty. Praise forever, to the King of Peace. Praise the Lord, to the King of Peace. Praise the Lord, to the King of Peace. Praise the Lord, to the Lord, to the King of Peace. Hear thebeat. Praise the Lord, Hamish. yard alkey into the King of Peace. May the Lord come with it. stove as sea sinful,cera polar fij as seaosaic. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020